1, 2 Missionen wollte ich noch gerne machen, bevor ich wieder renne da und seh ins Bettchen muss. So, hier um die Ecke. Warum so weit für den Landstreicher? Ey, oh, Nutz. Fährst du ernsthaft zu weit? Ich fotografiere einige Hunde oder einige Landstreicher. Vielleicht die? Unterrichtsfoto. Machen wir denn hier noch was? Äh. Nee. Nö, 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 nö. Ja. Oh, geil, da ist noch ein Penner. Nee. Ey, Jungs, ey, wollt ihr mich veräppeln? Komm schon, nein, lass mich keine Ruhe. Socht jemand anders als Opfer, aber nicht mich. Auch ne Dame, die ich fotografieren darf. Nein. Ey, die, warum wollen die sich mit mir immer prügeln hier? Socht ja jemand anders. Nicht mich immer. Ja. Alter. Hakt's bei dir. Ich will doch nur... Ja, komm, das nervt. Ja, komm, das nervt. Ja, komm, das nervt. Ja, komm, das nervt. Der ist eigentlich relativ egal, ja. Weil das geht ja etwas schneller, als wenn ich da hinlatschen müsste. So, wieder die Hand frei. Komm, schnell. Den Unterricht beenden. Da müssen wir noch ne Quest machen. Und eins bequesten, krieg ich da noch hin. Map, Map. Was gibt's denn wohl? Besonderes, weiß ich noch nicht. Huh, Glück gehabt. Ja, ich bin ein richtiger Fotograf. Auf jeden Fall. Mit den Bildern, naja, da könnte ich Millionär werden. Extra Alben frei geschaltet. Du kannst jetzt 15 Fotos speichern. Ja gut. Vorher konnte ich bestimmt 10 oder so. Ist auch nicht mehr als vorher. Was hat, was hat das? Schön, dass du mich magst. Ich mag dich aber nicht. Die war doch grad da oben. Wie? Zum Teufel. Die hätten gleich mal 200 Schüler mehr machen sollen, ja. So. Jetzt muss ich wieder in die gleiche. Ja, stopp. Schön, dass du Hotdogs magst. Ah, guck mal, die regeln sich gar nicht auf, wenn ich mit dem Fahrrad durchfahre. Ist natürlich auch gut. So, dann komme ich nämlich schneller von A nach B. Und hoffentlich klaut er nicht wieder mein Fahrrad, ey. Ich hätte den Hass kriegen können, als er mein Fahrrad geklaut hat, die Sau. Also komme ich nämlich schneller von A nach B. Warte mal. Ich kann doch. Aber ich glaube nicht hier. Auf jeden Fall war da drüben Sachen fürs Bike kaufen oder so. Oder ein neues Bike kaufen, ne. War das richtig? Ja. Ne, das ist der Bike Park. Ah, ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall da hinten ein Stern. Ja. So. Atamba. Lolas Rennen. Okay, okay. Hey. Of course I love you, Johnny. No, you don't. Love is complicated. That didn't seem complicated between you and that Gordo, kid. I'm gonna kill him. Johnny, please. We've been over that. He's sweet, but it was so innocent. Get off. Oh, I love it when you get angry, Johnny. I really do. You're so bestial. Hey, Jimmy. Hey. What are you doing here? Looking for you, Johnny. At Lola's house? Yeah. Be nice to each other. You know what I like about you two? You're both so straightforward. So quick to judge. So fast. Ain't no one fast like me. Really? So you could beat Jimmy in a race? Definitely. I heard he was pretty fast. This little twerp? Give me a break. Oh, I think we've got a little challenge. I just love challenges. They make me so excited. Die is ja schlimmer als Pinky. Ah, geil. Das eine habe ich auch fertig gekriegt. So, da vorne geht's lang. Am Ecke. Ah, ich sehe kein sterbendes Wörtchen hier. Go, 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 go. So, lang. Da oben, Ecke. Abkürzer. Cheetah. Lüncht ihn. So, müssen wir lang. Da. Da über die Brücke. Oh, ein Beutel. Oh, ein Beutel, Moment. Sind immer gut. Das ist auch immer gut. Immer nach hinten, da mit der, mit der Rotze. Wow. Alter. Oh, nö. Komm schon. Wo kommen die ganzen Wagen her? Na, komm schon. So schwerer kann das nicht sein. Was ist das für ein Gebiet? Das kenne ich gar nicht. Ah, komm schon. Das Rennen muss ich gewinnen. Eine Runde, okay. Position Nummer vier. Boah, wo sind die denn hergekommen? Ah, die müssen auf jeden Fall einen schwierigen Weg nehmen. Hätte man nochmal abkürzen können, okay. Da hätte man frontal abkürzen können. Ah, da ist den Einkau geschossen, mein Freund. Aber die Gegend kenne ich gar nicht. Zumindest sieht es so krass aus, da hinter. Boah, nein. Das ist bestimmt kurz vorm Ziel, ne? Komm schon. Na, komm schon. Komm schon. Komm schon. Ah, boah, Maus, ey. Ohne Witz. Komm schon. Du Sau. Kannst du mit mir nicht machen. Ich will das Rennen gewinnen. Wo muss ich denn lang... Ach, du ansteckst nicht hier rum. Und dann... Och. Komm, ey. Ja, bestimmt jetzt, wisst ihr was. Ja, du hast verloren. Es war genau... Ich hätte es... Ich hätte es wissen können. Ich hätte es von Anfang an wissen können, dass ich genau vom Ende nochmal verliere. Kinders. Nochmal drei Minuten verschwendet. Dann halt nochmal. Lolas Rennen. Oh, ist das nicht wahr. Ja, komm. Keine Faxen machen. Und das, ey, dieses mit dem... Mit den Zügen. Ja, das ging mir ein bisschen auf den Keks. So, direkt den links von mir ausknocken. Hallo? Na, komm, dann machen wir das jetzt. Erster hier. Ja, komm schon. Komm schon. Kann man nämlich irgendwie ausknocken vom Fahrrad? Na, komm schon. Ein bisschen wie da... Zumindest was einhauen kann. Och. Ja, das ist nicht wahr. Ey, alle kommen sie da durch, außer ich. Ach, da kriegst du... Manchmal kriegst du den Rappel bei, bei der ganzen Hitboxerei. Komm schon hier. Ey, Maus und Tastatur. Könnt ihr euch mal einigen bei dem Spiel hier? Machst du ihn einfach weg hier. So. Jetzt kommt ihr Wagen. Wo kommen die Nächsten? Da. Da kommt er in der Mitte. Dann laufe ich hier schön schräg drauf zu. Warum kommen auf einmal so Züge angerollt hier? Oder Waggons? Warum? Und wie? Und ich will wissen, wie ich gleich da gerade ausfahren kann. Eigentlich bestimmt gar nicht, weil ich einfach nur zu dumm dafür bin. Mal... Irgendwie muss es hergehen. Ey, die nehmen alle die Abkürzung. Du fällst zurück, ist klar. Weil die alle diese Abkürzung hier nehmen. Ich kenne mich doch nicht kein Stück aus. Ja, ich boxe einfach nicht vor dem Fahrrad. Wie weit, wie ich kann. Ah. Komm schon, komm schon, komm schon hier. Nein! Oh, Jimmy, ey. Du kriegst den Kollaps hier. Drei Sekunden. So, mal zu Hartmitteln greifen. Achso, da ist vorne Johnny. Den kann ich gar nicht angreifen, alles klar.